Kurz vor seinem Tod hat tatsächlich Michele Ferrero noch an einem neuen viralen Internet-Werbespot für junge Leute gearbeitet, dessen Fertigstellung er leider nicht mehr erleben sollte, wegen halt Death by Chocolate. Nutella sollte fresher werden, jünger werden und weil auch wir finden, dass mehr junge, gesundheitsbewusste und internetaffine Menschen sich badewannenweise Nutella in den Schlund reinkippen sollen, sehen sie hier weltexklusiv den letzten Werbespot von Michele Ferrero für Nutella. Untertitelung. BR 2018 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 BR 2018 BR 2018